hallo meine freunde und herzlich willkommen zur siebten folge von rampage night und der gute kretze springt die ganze zeit was ist mit dir keine ahnung ich habe lust zu sprengen ich habe lust zu springen okay das war weiter ich habe ja den assassinen freigeschaltet ich bin mal gespannt wie der ist ja komm nicht weiter ich stecke fest ich kann mich ja unsichtbar machen wie geil ist das denn so wir haben jetzt eine woche nicht gespielt kretze wie geht's dir denn oh ja muss wie immer und ja alles ja nimm mal das ganze gold mit mir ja ja mach du mal ein schatz wo sie gegen das noch mal hält sich groß die machen aber nichts ne ach so man kann die man die kann die er ist das neu ich habe ja diese grab dinger kann ich erinnern da kommt skelette raus auf mich werfen aber das ändert sich auch nicht nein jetzt habe ich einen Heizrank getrunken hä was ist das was ist das denn als ob hey guck mal ich habe dann ich habe ich habe guck mal ich habe diesen teuersten trank irgendwie also der der war bei uns bis jetzt am teuersten war hier mit irgendwie 100 gold oder so ich muss sagen der assassiner der lässt sich ganz komisch spielen weil ich habe halt nur sehr kurze range zum schlagen was bringt der diamant keine ahnung sorry wir halten was steht denn da alter ich weiß nicht der fliegt nur um mich rum der greift an echt der macht das automatisch oder ich nehme die ich nehme die ich traue mich diesen teuren trank nicht zu trinken weil der kostet irgendwas bei 90 oder 100 gold oder so das ist ein riesiger pilz na guck mal der gar nicht da hä der hat der hat gesicht what the hell greift den mal an weiter 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 du kriegst dann gleich nach hä ich habe den gerade angegriffen und habe einen erfolg gekriegt hier sind dort feiler hä was ist mit mir ich habe eine bombe oh nein was ist wieso hä ich laufe nur nach oben äh ich glaube du bist ein bisschen stoned yay bomben du musst ja hier alles mitnehmen du lässt dich alles stehen ja doch der der baumstumpf da war da war herz drin also das ist ja echt ätzend hallo hallo was denn das für ein trank ich habe rum den den trinke ich so hallo meine Freunde ich bin ich bin voll langsam aber guck mal an wie ich hin und her schwank ja meine aber auch guck mal ich glaube das ist normal ready to go was hat denn hast du die wolke gesehen nee ich habe gerade so eine wolke diese pilzwolke die also diese jetzt ist es wieder verschwunden nein wow ach ja das war ja hier so aua der ticke oh der hell au ich werde sterben bist du tot ich auch der kristall greift immer noch weiter ich bin auch tot ne gerota dammd hä okay der assassine ist nichts wir müssen mal ey der assassine ist nichts für mich ich glaube wir müssen mal schauen dass wir nicht da stehen bleiben sondern gleich über die Brücke gehen ja ich glaube auch hier wieder ein barban der assassine war echt nichts für mich ich habe hier gerade was habe ich denn gemacht gerade ich habe gerade irgendwas gemacht wartet please don't hurt me nee okay das ist weiter aber hey warte mal nee auch nicht ich habe wahrscheinlich irgendeinen gegenstand einen anziehgegenstand freigeschaltet ach scheiße was mich halt ein bisschen wirklich an diesem spiel nervt dass man sich gegenseitig so schlagen kann also ist zwar friendly fire aus aber man behindert sich selbst damit irgendwie nein jetzt habe ich mein messer geworfen was ist heute los ich treffe kaum nichts ich bin jetzt schon fast ich habe schon wieder 20 leben verloren wuhu vorsicht oh alter 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 hüah kopf ab schnipp schnapp schädel ab hey komm her lauf nicht weg au sorry so ich bring dir ins bild er geht nicht schade ohne spritzer ohne rüstung oh hätte ich wahrscheinlich mit den dings wieder anziehen können wahrscheinlich immune to fire cold import oh du bist immun gegen die sämtlichen sachen halt oh da bist ja du hab ich mir überlegt wir sind so solche noobs ey wir haben gerade mal den ersten bus geschafft wobei es aber trotzdem schon relativ schwer ist muss ich sagen äh hier sind ist eine axt die kannst du nehmen ich habe mir jetzt gerade mal die dings gesnackt aua 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 tipp 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 pilzköppe hab ich den jetzt auf dich geworfen ich hab schon oh nein oh nein nein nicht ente war ich das jetzt ach du siehst das ja dann auch als ente ne mhm mhm uäh das war glaub trotzdem heiltrank was ich hier gerade habe ja das müsste der heiltrank Alter ich hab den schon wieder auf dich wow ich bin auf der stone mhm fang mitten ins getümmel weißt du was ist denn das hier überhaupt quack 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 alter was das ist so fies so das 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 weiß ich nicht das ist irgendwas zum werfen auf jeden fall das ist alles was zum werfen ne klauen oder was ok der baum ok alter aber so nach einer woche das spiel wieder zu spiel ist schon echt anstrengend muss ich sagen oh ja man merkt das man merkt völlig extrem dass man gar nicht mehr so drin ist boah ich bin fast down was ist denn das trink es einfach ich trink das ah ich trink es einfach nein ich glaub ich hab ich weiß nicht ob ich ein heil dran habe ja ich wurde gerade geheilt nein ich muss hier weg ich hab nur sieben leben sieben leben aua aua alter halt mal den dicken auf so nummer eins ja bleib da diga bleib da diga hast du die runtergeschobbt? ja gib mir das gold so so ja geil ja richtig geil ja richtig geil trink einfach welches sind jetzt besser guck mal ok so sie sind jetzt besser guck mal wie kurz das schwert ist doch kein schwert das ist ein dolch ich nehme das ich glaube ich hoffe es ist besser noch sechs seelen ja warte wie lange dauert das die letzten scheiß noch alter die mit ihrem blöden dolchen ne da liegt mir kirche ne so jetzt haben wir den noch eine ich muss grad gucken was ich hier aufsammle hier ist noch ein messer das ist wahrscheinlich ein messer alles ne alles die gleichen hast du es bald mit der kiste? so lass mal kurz hier rein das ist wahrscheinlich der händler ne ja oh oh was? ein kartenspieler warte alkohol warte 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 noch mal ich hab mir Alkohol oh ok guck mal ok guck mal hä kann man da was machen? siehst du dass ich da eine Spritze oben im Kopf hab? Hä? Ah, hier. Oh, was? Hä? Was ist das denn? Voll krasse Kartenspieler, ey. Wie? Alter. Ich glaub eine Karte ist nicht gut. Ich will nicht mehr. Soll ich's nochmal machen? Ich hab grad Challenge Kompl... Ich hab grad Challenge Kompl... Alter, guck mal meine Augen. Du bist ein Teufel, Alter. Warte mal, was hab ich jetzt bekommen? Guck mal, du hast Hörner. So, guck mal mein Schwert an. Wie geil ist das denn? Ich hab jetzt auch einen Vogel. Küchenmesser, ey. Juhu, warte. Oh, wow. Der Traum, ey. Oh, ist das Toxic Elixier of Life? Guck mal. Achso, kannst du gar nicht sehen. Nee. Was ist denn das dahinter? Das ist wieder ein Ohr. Nee, das kannst du nicht sehen lassen. Da hab ich keinen Bock drauf. Hier? Nee, hier rein. Dann. Uuu. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Uuu. Alter. Alter. Geht ab hier, Alter. Was geht ab? Ich hab Steine, deshalb. Oh. Was? Ey, hör mal auf. Dann Heidrang für dich. Ich hab einen. Das ist noch ne Bombe? Ah, du hast einen? Wie viel Life hast du? Ich hab auch, bin auch voll. Ähm, ein 80 von 90. Ja, dann trinkt den und dann da oben den mit. Oh, ich hab die Axt geworfen. Was ist das hier? Mountain of Schnaps. Ach, jetzt hör doch mal auf, die Axt zu werfen. Oh, ich hab den geköpft. Oh, hör auf. Alter. Nach mir zu werfen. Ich werf gegen ne Wand. Wow. Ich glaub, das ist aber extra so gemacht, das Spiel, dass du, dass du auch Gifttränke hast oder so Toxic Tränke. und was? Was denn? Ich hab den Toxic Trank doch getrunken und ich ab und zu verliere ich Leben. Cool. Nee, das ist gar nicht cool. Nicht? Alter. Dim, 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 dim. Ey, der Stein macht 30 Schaden und betäubt die Gegner. Das ist geil. Ne Arschporsche. Nimmst du dich schon wieder? War schon wieder. Wow, sind wir gut. Ja. Und ich glaub, das war's auch mit der Folge. meine lieben Freunde. Würde ich auch sagen. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich denke mal, wir werden nur noch zwei, drei Folgen machen von Rampage Night. Und danke fürs Kretze, fürs Mitspielen. Und schaut bei Kretze vorbei. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Und haut rein. Du hast neun Kills mehr als ich. Aha. Du bist halt scheiße. Ich war tot. Du bist scheiße. Du mich auch. Pilzkopf. Ich hab dich auch lieb. Okay, jetzt wird's schwenk. Ciao. Haut rein.